Eine Veranstaltung mit Herz und Harmonie ist es geworden, wie nicht anders gewohnt. Dafür sorgte der Vorstand des Lehrter Männerchores um Manfred Grobe. Früher, da liebte man die Kultur, Symphonien und Opern, die hörte man nur. Walzer, Oswin, Französ und Menoyen, wie klang das melodisch, wie klang das nicht. Heute hört man sowas gar nicht mehr gern. Das ist jetzt modern. Da wurden alle schnell vom Gegenteil überzeugt. Aber deshalb ist man ja schließlich im Männerchor. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sehen uns an die Politik nach frei und hoffen die Lose des ZDF für funk, 2017 Und jetzt feiern wir uns an den Tag in der Zukunft. Musik Manchmal möcht' ich so gern mit dir Musik 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 Das ist alles nur, das sieht man äußerlich so aus. Das weiß ich doch, die Rote Lampe läuft ja gar nicht. Und dann macht die Rote Lampe an. Auf ein gesundes Jahr. Vielen Glück. Das weiß ich doch, die Rote Lampe an. Das weiß ich doch, die Rote Lampe an. Das weiß ich doch, die Rote Lampe an. Die Rote Lampe an. Die Rote Lampe an. Das weiß ich doch, die Rote Lampe an.